hey leute willkommen zur weiteren video heute geht es um das thema shopping märkte unsaubere märkte wie kann man verhindern dass man in einem markt der nicht gut läuft zu viele trades macht oder schlechte trades macht und was sollte man tun wenn märkte sich nicht gut verhalten keine vernünftigen bewegungen haben overtrading ist da ein stichwort ein stichwort ist auch langeweile dass man unbedingt was machen möchte weil man nicht geduldig genug ist um auf seine setups zu warten was natürlich verständlich ist wenn man trading anfänger ist oder auch gerade so auf den sprung ist es vielleicht zu schaffen erfolgreich zu werden denn so an der hemmschwelle plus minus null break even leichtes pluses und man möchte hat einfach jeden tag nur eine fixe zeit an stunden die man ins trading investieren kann oder möchte und wenn man dann natürlich zwei drei vier oder sechs stunden oder vielleicht auch den ganzen tag vom pc sitzt und man hat marktphasen vorsicht die so aussehen ist es natürlich schwieriger hier sein an sich an seine setups zu halten die wenigsten leute haben vernünftige setups für solche unsauberen seitwärtsphasen bedeutet es gibt nur zwei möglichkeiten entweder man tradet nicht oder man tradet es und so eine halb dritte möglichkeit ist man tradet halt einen anderen markt was aber quasi das weggehen von dem markt bedeutet da ist mir die frage was ist das sinnvollste was man machen kann kurz ist aber weg wenn euch das video gefällt bitte lasst ein like da würde mich sehr freuen das unterstützt mich und hilft mir sehr und jetzt fangen wir an let's go also wenn wir jetzt zum markt haben jetzt ich habe extra mal wenn ihr seht ist der 6e von anfang der woche und wir sehen wir haben eine relativ unsaubere seitwärtsphase sehr verschachtelt abwärtsbewegung kleine aufwärtsbewegung hier das war noch einigermaßen okay sehen wir schon die ersten zig kerzen seitwärtsphase 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 kleiner ausbruch noch mal kleiner ausbruch die range wird erweitert das war die wir vorher hatten dann haben wir eine kleine range erweiterung nach unten und nach oben die nicht nachhaltig ist wo der markt sofort wieder zurückkommt und es wird einfach wieder schlimm schlimmer in der seitwärtsphase aber noch mal wieder move nach unten testen diese erweiterung zumindestens den oberen teil wo die schlusskurse waren noch mal an das gleiche machen wir der oberseite aber im endeffekt ist es alles eine extrem verschachtelte seitwärtsphase und das sind immer marktbereiche wo man die finger von lassen sollte darum ist währungspaar ein extrem gutes beispiel dafür dass man früh genug erkennen muss wann ein markt sich bewegt und wann ein markt sich nicht bewegt weil man ihn also lieber deutschen also abweisen sollte lieber was anderes machen sollte damit sagt wenn wir jetzt sowas hier sehen wäre ja ganz gut wenn wir das vielleicht schon hier erkennen und nicht als hier und dann hier irgendwie von 10 uhr bis 17 uhr zeite dem markt verbringen und warten dass wir ein trade machen können dann haben wir auch haben wir zig stunden zeit verschwendet und haben in ente fett nichts gemacht deswegen ist es wichtig dass man verschiedene märkte tradet und sich nicht nur auf einen markt fokussiert hat auch vor und nachteil wenn sie auf einen markt fokussiert jeder markt hat natürlich seine eigenheiten läuft anders hat andere charakteristiken weil andere akteure sich in den märkten befinden weil andere volumina getradet werden das heißt man muss für jeden markt mit dem man sich beschäftigt auch dass die passenden trading setups und strategien haben und auch die eigenheiten kennen damit man in dem markt überhaupt seine edge also seinen vorteil finden kann aber immer wenn märkte unsauber laufen lasst die finger davon und tradet lieber einen anderen markt aber dafür muss man schnell erkennen halt wann ein markt unsauber läuft wenn wir jetzt sehen wir haben eine sehr verschachtelte phase wie daran erkennt man schlechte phasen ganz einfach wir wollen wenn wir einen vernünftigen markt haben wollen wir dass wir klare bewegungen haben also eine klare abwärtsbewegung eine klare aufwärtsbewegung wieder eine klare abwärtsbewegung dass man mal eine seitwärtsphase hat oder dass der markt noch unsauber läuft über eine zeit lang über einen tag ist auch ganz normal aber wenn wir schon sehen dass hier jede kerze die andere auffrisst und dass sich der markt quasi nur bewegt in dem die vor kerze zum großteil immer in der also die folge die folge kerze zum großteil in der vor kerze sich befindet was wir hier die ganze zeit überall haben oder wer noch extrem viele kerzenschatten haben das heißt ablehnung ein hochs ablehnung an den tiefs das ist genauso ein grund vorsichtig sein den markt eher meiden woran kann man das noch erkennen wenn man zum beispiel eine aufwärts- oder eine abwärtsphase hat in einem markt und wir in einer zum beispiel wenn wir in so einer aufwärtsphase nur negatives delta haben oder in so einer abwärtsphase nur positives delta haben das sind schon waren signale dass die märkte heute nicht gut laufen dass irgendwas nicht stimmt dann lieber solche märkte vielleicht mal deutschen und wenn wir jetzt mal gucken es ist zeitunabhängig das ist komplett egal wir sehen immer noch leicht verschachtelt bewegungen fangen aber schon wieder an klarer zu werden das heißt jetzt wird der markt wieder interessant zu traden das heißt wir sehen jetzt hier die bewegung werden immer sauberer urzeittechnisch sind wir natürlich jetzt früh morgens aber das ist egal wir sehen auf einmal haben wir wieder ganz saubere klare bewegungen natürlich gibt es dann auch mal kleinere seitwärtsphasen kurz vor eröffnung ist alles okay darf man haben dass so eine mini seitwärtsphase das ist auch okay aber der kerngedanke ist wir haben saubere bewegungen nach oben wir haben saubere bewegungen nach unten wir haben eine seitwärtsphase also so wie ein markt sich verhalten sollte lehrbuch mäßig und nur wenn märkte vernünftig laufen wird es wie in dem fall das ist jetzt der aktuelle tag ne quatsch das ist ja noch nicht aktuelle tag wir sind ja noch hier so das ist jetzt der aktuelle tag und was sehen wir hier ist ein bisschen unsauber nachts war relativ wenig los das war ganz wild zur eröffnung und jetzt mal aktuell angucken was haben wir wir haben eine schöne saubere aufwärtsphase wir haben eine schöne schönen rücksetzer das heißt aktuell ist alles im lot das heißt jetzt könnten wir uns den 6e angucken könnten nach trade suchen weil der markt einigermaßen sauber läuft sobald wir wieder in solche phasen übergehen dass wir zwei drei kerzen schon merken oh jetzt ist wieder verschachtelt jetzt will es nicht weiter dann warten wir gucken uns einen anderen markt an und das ist der große vorteil wenn man ein paar märkte zur auswahl hat dass man nur die märkte traden sollte die auch gerade vernünftige bewegung haben läuft ein markt unsauber ist extrem verschachtelt oder es fehlt einfach absolut an volumen oder an liquid also an volatilität also bewegung dann meiden wir die märkte auch aber das ist natürlich für den anfänger gar nicht so einfach weil jeder markt hat seine eigenheiten hat seine eigene charakteristik hat die man lernen muss wenn man jetzt nicht märkte wie den es anguckt oder den 6e 6b also währungen laufen deutlich langsamer haben mehr volumen haben wir also mehr volumen je tick was gehandelt wird sind ein bisschen stabiler was die extrempunkte angeht schaut man sich dagegen einen rohstoff an gold oder öl die neigen dazu ein bisschen dynamischer zu sein haben auch mal phasen wo deutlich weniger volumen in bewegungen ist weil die halt dafür schneller laufen und extrembereiche die angetestet werden sind oft etwas oder seitwärts phasen tiefs oder hochs wenn sowas angetestet wird pullbacks all solchen bereichen neigen die märkte dazu immer mal so ein paar tics durchzugehen und dann laufen sie erst in die richtung in die man eigentlich möchte das heißt mit dem stopp setzung muss man die manchen märkten müssen vorsichtiger sein bzw braucht etwas mehr abstand für seinen notfall stoppt damit man nicht unnötig ausgestoppt wird das ist im trading ganz ganz wichtig dass ihr versteht wenn ein markt läuft dass ihr den dann tradet läuft der markt nicht dass er die finger davon lasst und dass da hilft es extrem viel wenn man sich märkte anguckt und schaut sich an was sind denn vernünftige bewegungen was nicht mehr also klare aufwärtsbewegung klare abwärts klare aufwärtsbewegung dass man dazwischen war natürlich seitwärtsphasen hat oder unsauber ist ganz normal aber die hauptbewegung das muss sauber sein was wir jetzt auch gerade haben geht es wieder in sowas hier über finger weglassen und das kann bei währungen sein dass es mal ein zwei drei tage am stück sind wo man die überhaupt nicht traden kann weil die bewegungen einfach so klein sind dass es oder so unsauber auch sind und so verschachtelt sind dass es überhaupt keinen sinn macht das währungspaar zu handeln das ist gerade bei währungspaaren ganz extrem bei goldöl silber ist es auch der fall gestern zum beispiel war öl nicht so schön war auch sehr verschachtend dann lässt man einfach die finger davon und hat ein paar andere märkte zur auswahl wichtig ist wenn ihr markt handelt konzentriert euch vernünftig auf dem markt switch nicht alle paar minuten den markt wenn sich dann irgendwas ändert dann switcht auch für eine halbe stunde stunde oder für zwei stunden von einem schlechten markt auf einen markt der sich aktuell gut bewegt aber nicht alle paar minuten zwischen dem markt hin und her zwischen man muss auch so ein bisschen gefühl dafür bekommen wo liegen gerade die dynamiken wie wie verhält sich der markt weil nicht jeden tag ist markt gleich nur weil er die zahlen auch im footprint sieht heißt das ja nicht dass der markt immer gleich läuft manchmal ist der dynamischer manchmal ist er weniger dynamisch manchmal kommt erst gegen ende einer kerze also dafür für mich zum beispiel das große volumen und momentum rein manchmal am anfang das kann ist von tag zu tag unterschiedlich und das sind alles so kleine faktoren die man immer in sein trading mit einfließen lassen muss jetzt zum beispiel was wir hier gerade sehen wir sehen hier wir haben eine aufwärtsbewegung und wir haben die ganze zeit bis auf zwei ausnahmen hier hatten wir negatives delta zum beispiel was das bedeutet wie das funktioniert wie man das mit sein trading einbauen kann wenn man sowas in aufwärtsbewegung hat so starke delta divergenzen das erkläre ich euch mal in einem weiteren video habt ihr dazu irgendwelche fragen zu dem was ich gerade besprochen habe oder zu allen möglichen anderen themen schreibt mir einfach auf discord oder schaut euch meinen twitch kanal an ist in der beschreibung verlinkt und ihr könnt mir beim live train zu gucken startet ab nächsten monat ich hoffe das video hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten video leute macht's gut und gute trades die woche ciao ciao